Moin ihr Lieben, herzlich willkommen im Kitchen Club. In diesem und heutigen Video möchte ich dir 5 Basic Kochskills zeigen, die man auf jeden Fall beherrschen sollte und mit denen man eigentlich sehr, sehr viel machen kann. Zumindest ein bisschen angeben. Kochskill Nummer 1 und werde ich auch immer wieder gefragt und sehe ich auch beim Kochkurs immer wieder falsch leider, ist Zwiebelschneiden. Und da die Zwiebel einfach Basic Zutat für so viele Gerichte ist, zeige ich euch das Ganze nochmal richtig. Also, wir haben sie jetzt schon mal geschält und was ihr seht, ist natürlich hier der Wurzelansatz. Zweite wichtige Sache ist ein scharfes Messer bitte. Und ich sage euch auch gleich, warum das scharfe Messer noch wichtig ist. Erstmal halbieren wir die Zwiebel der Länge nach und dann hat man natürlich sehr oft, dass man beim Zwiebelschneiden auch weinen muss und dass einem die Zwiebelschärfe in die Nase steigt. Das kommt dadurch, dass beim Schneiden der Zwiebel heute sozusagen zwei Enzyme aufeinandertreffen und die sich quasi durch das Aufeinandertreffen zu einer Schärfe entwickeln, die dir in die Nase und in die Augen steigt. Je schärfer das Messer aber ist, desto weniger von diesen Dämpfen hat man. Jetzt mal erstmal langsam. Wir schneiden jetzt hier schön ein und zwar so, wie wir natürlich dann die Zwiebelwürfel haben wollen. Und ihr seht, dass ich immer hinten ein Stück ungeschnitten lasse. Dann wichtig hier der Krallengriff. Also hier damit bewegt ihr das Messer hin und her und schützt eure Finger. Und jetzt, wie gesagt, schön nicht ganz durchschneiden, weil jetzt ist es geschnitten, aber die Zwiebel bleibt noch schön zusammen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt schneidet ihr nämlich, um die Würfel zu haben, waagrecht. Das heißt, auch hier rein, aber bitte auch hier wieder nicht ganz durch, sodass diese halbe Zwiebel schön von ihrer Wurzel und dem Ende zusammengehalten wird. Und je öfter ihr einschneidet, desto feiner werden die Würfel. Und jetzt bleibt beim Schneiden auch gerne die Messerspitze wie eine Lokomotive auf dem Brett. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Das müsst ihr mal ausprobieren. Einfach mal eine Trockenübung machen. Messerspitze bleibt wie eine Lokomotive. Und jetzt seht ihr, durch diesen Schnitt, je höher ich hier komme, desto weniger kann ich eben diesen Lokomotiven Liegeschnitt machen. Da muss ich dann schon relativ gerade runterschneiden. Aber dadurch, dass mein Messer auch schön scharf ist, funktioniert es ganz gut. Der Rest ist dann auch okay. Jetzt nochmal ein bisschen feiner und nochmal ein bisschen schneller. Wurzelansatz nach hinten. Auflage, Auflage, sicheres Schneiden auch ganz wichtig immer. Und dann etwas feiner diesmal. Der Länge nach eingeschnitten. Jetzt hier unten. Jetzt möchte ich natürlich nochmal ein bisschen feiner werden. Deshalb muss ich dann ein bisschen öfter einschneiden. Muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Und jetzt werden wir ein bisschen feinere Würfel schneiden. Schneiden wir schön fein runter. Ihr seht, das Ganze ist absolut kein Hexenwerk. Aber es erfordert wie alles im Leben halt so ein bisschen Übung. Weiter geht's mit dem nächsten Skill. So, Skill Nummer 2. Rührei. Ich liebe Rührei am Morgen. Und für mich muss ein Rührei wirklich fluffig sein. Ich war schon oft in Hotels. Und da muss ich sagen, manchmal hat das Rührei im Chaving-Tisch beim Frühstücksbuffet leider baustoffähnliche Konsistenz. Was natürlich an der Zeit liegt, wie lange das da drin liegt. Aber auch einfach, wie es gemacht wird. Und wie es richtig schön soft und sexy geht. Das zeige ich euch jetzt. Erstmal brauchen wir schöne Eier. Am besten Bio-Eier natürlich. Werden erstmal geöffnet. Und natürlich gibt es vom Rührei zig Rezepte und Wege. Ich verquirl es jetzt ein bisschen. Das mache ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, nur der guten Ordnung halber. Wenn ich zu Hause Rührei mache, dann bin ich meistens zu faul und verquirl es eher in der Pfanne. Aber ich möchte es euch jetzt ordnungsgemäß zeigen. Ja, man muss es gar nicht so bis zur Unkenntlichkeit verquirlen. Was dann passiert ist, auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen Salz reingeben. Ein bisschen Pfeffer. Und was auch ein absolutes Muss bei Eierspeisen ist, dass wir, wenn wir mit Fett arbeiten, mit Butter arbeiten und nicht mit Öl. Genau deshalb, weil wir mit der Butter arbeiten, arbeiten wir auch mit geringen Temperaturen. Denn die Butter besteht natürlich aus Molke. Und wenn wir sie da zu stark erhitzen würden, verbrennt uns die Molke und wir haben eine Nussbutter, was natürlich auch lecker sein kann oder lecker ist. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Einmal einen schönen Film entstehen lassen und dann aber geh noch nicht zurück zur Hitze. Denn beim Rührei geht es jetzt gleich darum, mit der Temperatur und dem Protein zu spielen. Ei gart ab 42 Grad und deshalb brauchen wir einfach sehr geringe Temperaturen, um das Ganze dann auch nach unserem Gusto eben zu machen. Was wir noch brauchen, ist sowas hier, damit wir da gleich schön mit arbeiten können. Und dann geben wir es jetzt mal rein. Das ist nicht ganz verquirlte, angeschlagene Ei. Und hier wirft es jetzt schon so Blasen und dann einfach schaue, dass ich da eine Bewegung reinkriege. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn wir hier so ein bisschen diesen Faltenwurf haben, aber auch dadurch, dass es nicht so ganz verquirlt ist, eben so ein bisschen unterschiedliche Strukturen, so eine Marmorierung eigentlich so ein bisschen. Und jetzt nutze ich einfach die heiße Pfanne und rühre das Ei so lange, dass es immer noch zum einen ästhetische Stücke sind, ja. Aber auch, bis es eben anfängt zu stocken. Und jetzt kommt eigentlich gleich der wichtigste Moment. Jetzt sehen wir, hier ist es noch ein bisschen flüssig. Und da arbeite ich mich dann eben immer langsam vor. Und da machen die meisten den Fehler, dass sie zu viel Hitze dran geben und das Ganze dann eben schon zu fest wird. Ihr müsst aber daran denken, dass in dieser Pfanne natürlich noch jede Menge Restwärme ist. Und die nutze ich jetzt aus, um das Rührei eben genau an dem Punkt zu garen, wo ich es haben möchte. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon so kurz davor. Weil ihr müsst bedenken, jetzt esst es ja meistens nicht sofort, sondern es steht noch mal ein bisschen. Und da würde ich es eigentlich jetzt schon auch fast so schicken. Und jetzt merkt man hier schon wieder, dass es hier anzieht. Die Restwärme, die ich jetzt hier ausnutze, um wirklich das Eigelb noch mal zu garen. Wenn ich jetzt das komplett umschlage, mache ich jetzt bewusst nicht, dann fehlt mir eben genau dieser Schmelz hier oben. Und den lasse ich eigentlich eher so wirklich durch die Restwärme antrocknen. Ich gebe das jetzt hier mal an die Seite, denn das höchste der Gefühle für mich ist dann ganz am Schluss noch ein bisschen frischer Schnittlauch drauf. Wenn ihr mich nach meinem Rührei fragt, wie ich es meinen Liebsten servieren würde, dann genau so. Ein bisschen frischer Schnittlauch ganz am Schluss noch mal. Ganz ein bisschen nachsalzen, pfeffern. Und jetzt zeige ich euch, wie das dann halt ist. Hier ist es natürlich jetzt noch mal so ein bisschen, hier haben wir so Elemente, die vielleicht noch zu roh sind. Aber gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, dann ist es perfekt. Und jetzt gehe ich mal rein. Und das ist ja etwas, was ihr immer nachjustieren könnt. Wenn ihr es aber einmal übergart habt, dann ist der Drops gelutscht. Das ist how we do it. Mein nächster Skill für euch ist Fischbraten. Viele fragen mich immer wieder, wie brate ich richtig Fisch oder welche Pfanne soll ich mir kaufen, weil mein Fisch immer klebt. Es ist natürlich auch hier so. Natürlich eine gute Pfanne ist schön, aber es geht immer meistens um Hitze und um Know-how. Ich zeige euch jetzt, wie man perfekt Fisch brät. Ich habe mir dafür eine schöne Dorade geholt, denn Dorade hat eine schöne Haut, die wunderschön kross werden kann. Was ich immer schön finde beim Fischbraten, ist das Ziselieren. Das heißt, mit einem scharfen Messer die Haut vorsichtig einschneiden. Dafür gerne so ein bisschen auf Spannung halten, den Fisch. Es ist immer dasselbe Prinzip. Vergrößerte Oberfläche, Röstaromen, mehr Spaß, mehr Knack, mehr Textur. Und genau deshalb kann man es machen. Und dann würzen wir erstmal. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Fisch zu braten. Erstmal brauchen wir natürlich Fett. Da empfehle ich ein Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl. Olivenöl geht natürlich auch wunderbar. Wichtig ist, die Pfanne heißer werden zu lassen, als man denkt. Ich mache das jetzt auf zwei Arten. Den einen gebe ich mal in etwas Mehl. Das ist vielleicht die Anfanger-Methode. Also wenn man wirklich sagt, pass auf, ich habe ein bisschen Schiss oder meine Pfanne ist wirklich nicht so gut, dann kann man das Ganze mehlen und tut sich da ein bisschen leichter. Aber man braucht es eigentlich nicht. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe ein bisschen runter mit der Temperatur. Wichtig, von euch weg einlegen. Denn das Fett spritzt dann von euch weg und nicht auf euch zu, damit ihr euch nicht verbrennt. Dann wichtig, langsam arbeiten. Viele machen hektisch, schmeißen das irgendwie rein, machen dies, das, jenes. Easy, tranquille. Ganz entspannt wieder dazuschieben. Nochmal würzen von der Fleischseite jetzt. Hautseite haben wir schon bereits gewürzt. Nochmal Pfeffer. Und dann haben wir jetzt hier den Herd natürlich aus. Den müssen wir wieder hochstellen, damit wir wieder auf Temperatur kommen. Ihr seht ja jetzt, dass hier schön am Rand das Ganze schon braun wird. Und das ist der Moment, wo ich dann auch gern mal schon mal gucke, was ist hier passiert. Dann ruhig auch manchmal an der Stelle, wo ihr merkt oder das Gefühl habt, da ist noch nicht so, da nochmal leicht andrücken. So, was man dann natürlich noch machen kann ist, Aromen dazugeben. Ja, zum Beispiel jetzt ein schönes Stück Rosmarin mit dazuschmeißen. Das ist schon fast durch. Das hat gereicht, ihn von der Hautseite zu garen. Und jetzt sehen wir hier eine wunderschöne Kruste. Das heißt, ich lege es jetzt wirklich nur nochmal ganz kurz auf die Seite. Zack, zack. Wenn ihr wollt, eine kleine Butterflocke hinterher, gleich einen Spritzer Zitrone und das war's. Wir gehen raus. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dem gemählten Fisch. Auch hier wieder schön heiß von euch weg einlegen. Schön easy. Dann schauen wir nochmal drunter, was passiert ist. Na, es sieht ganz anders aus, ne? Auch schön, aber natürlich ganz anders, ne? Ganz anders als der ohne Mehl. Und dann haben wir es auch hier wieder. Ja, hier sind wir, seht ihr schon? Ist schon durchgezogen in der Zwischenzeit. Das muss man immer so ein bisschen mitbedenken, dass der Fisch dann ja auch nochmal ein bisschen steht und genug Restwärme hat. Das heißt, der ist jetzt deutlich glasiger hier noch. Wurde ich einen Ticken früher rausnehmen, aber beide Fische sind schön kross. Ne, hört ihr? Probiert's mal aus. Skill Nummer 4. Und zwar, wie man Steaks brät. Wir haben jetzt ein schönes Frostbief hier vom Irish Airford. Ein irisches Rind, was grasgefüttert ist. Ich nehme jetzt so ein Stück erstmal, schneide die Fettdecke auch so ein bisschen ein. Glas sie sogar drauf, weil ich die schön finde. Bisschen Geschmackssache. Also zeseliere sie so ein bisschen wie eine Entenbrust. Und dann die Frage der Fragen. Ich würze immer vorher. Solange es keine Innerei ist, gibt's natürlich so die Diskussion, ob man vorher pfeffert, weil der Pfeffer verbrennt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr oldschool. Ich pfeffer auch vorher. Und dann habt ihr es schon gesehen. Pfanne steht auf. Ähnlich wie beim Fisch. Heißer als man denkt. Fett kräuselt sich schon so ein bisschen. Sonnenblumenöl, Rapsöl. Ein Öl, was ich gut erhitzen kann. Und dann auch hier wieder von mir weg einfach schön einlegen. Mit Ruhe. Ganz easy. Und es geht darum, eine Verkrustung hinzubekommen. Eine schöne, gleichmäßige Verkrustung. Das ist das, was Spaß macht. Die Röstaromen, der Bratensaft, die rausläuft. Dieses Verkaramellisieren sozusagen. Der Muskelstränge. Das ist das, was uns letztendlich Spaß macht. Was für eine Bräunung sorgt. Und Fleisch war jetzt auf Zimmertemperatur. Finde ich persönlich immer ganz schön. Es gab natürlich zum einen schneller. Ist nicht so Temperaturunterschieden ausgesetzt. Also ich lege mein Fleisch immer ein bisschen vorher schon mal raus. Dann drehen wir das Ganze um. Wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es schön. Schöne, gleichmäßige Bräunung. Was man dann noch schön machen kann, ist das Ganze ein bisschen zu übergießen. Mit dem Fett stützen wir die Bräunung nochmal. Wenn das Steak relativ flach ist, brate ich es eigentlich nur von beiden Seiten an. Sobald es ein bisschen höher ist, oder hier jetzt mit der Fettwecke, lege ich es tatsächlich auch nochmal auf die andere Seite. Und vor allem auf diese Seite. Wenn ihr mehrere Steaks in der Pfanne habt, könnt ihr die natürlich auch so schön gegeneinander legen, damit wir wirklich die Bräunung von allen Seiten haben. Das ist dann natürlich das höchste Gefühl. Jetzt gehen wir damit gleich in den Ofen. Denn ich brate Silks so gut wie nie in der Pfanne fertig. Hier gebe ich immer gern nochmal ein paar Aromen dazu. Rosmarin, Knoblauch, Thymian, was ihr mögt. Und dann ab in den Ofen. Entweder bei niedriger Temperatur, relativ lange. Oder wenn es mal schnell gehen soll, bei 180 Grad. Das wäre für mich der Klassiker. Ein Blech drunter, damit der Bratensaft abtropfen kann. Aber das Ganze dann auf ein Gitter geben, damit die heiße Luft schön drumherum zirkulieren kann. Wir haben hier die Aromen drauf. So muss das sein. Und wir Sportsfreunde nutzen jetzt diese Pfanne, die Hitze, die Röstaromen, das Fett, um eine schnelle Bratensauce herzustellen. Und das ist dann Skill Nummer 5 und der letzte Skill für heute. Ja, ich glaube ein großes Thema beim Kochen ist natürlich Soße. Soße kochen ist eine Kunst. Und hier geht es jetzt darum, zu Hause, wenn ihr was kocht, euch eine schöne, schnelle Jus zu machen. Das heißt, wir haben das Fett. Wir haben die Röstaromen. Was brauchen wir? Klassisch wie bei jeder Jus, das sogenannte Möpua. Wurzelgemüse, bestehend aus Sellerie und Karotte und Lauch. Und man startet immer erst mit dem Gemüse, was länger braucht. Gehen dann wieder ein bisschen hoch mit der Temperatur. So, sobald das erste Gemüse, das Wurzelgemüse anfängt Farbe zu nehmen, zu rösten, können wir mit dem anderen Gemüse weitermachen. Das heißt, Lauch dazugeben, Zwiebeln, ja, ein bisschen was nehmen wir hier noch dazu und lassen es schön nochmal dunkel werden hier alles. Jetzt sehen wir, dass natürlich besonders die kleinen Stücke anfangen zu dunkel zu werden, ein bisschen zu verbrennen, das ist aber gar nicht schlimm. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. Um diesen Vorgang, den ich hier natürlicherweise habe, noch ein bisschen zu unterstützen, nämlich den Zucker, der aus dem Gemüse austritt, gebe ich hier ganz bisschen Braunzucker dazu, nicht zu viel. Ich möchte kein Dessertsoße haben, aber so ein bisschen. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Umami, Glutaminsäure, die wir in Form von Tomatenmark dazu geben. Wir tomatisieren jetzt das Ganze. Auch nicht zu viel, aber so, dass das Gemüse eben schön unschlossen ist von Tomatenmark. Dieses schöne Gemüse löschen wir jetzt ab. Erstmal mit rotem Portwein, auch der hat natürlich wieder Süße und Zucker. Und dann muss das genau so passieren. Das ist eben, die Röstaromen losgekocht werden, wieder langsam ein bisschen reinbrennen. Darf ruhig wieder nochmal ein bisschen Röstaromen entstehen und die kochen wir dann wieder los. Aber dann nicht mehr mit Portwein, weil sonst wird unsere Soße zu süß, sondern dann geben wir auch klassischen Rotwein. Fängt wieder an anzubraten, also löschen wir wieder ab. Das nächste Mal ablöschen, machen wir dann eigentlich schon mit unserem Fond. Und ich habe jetzt mal ganz bewusst einfach nur Wasser genommen in der Annahme, ihr habt keinen Fond zu Hause. Das Schönste ist natürlich jetzt eine Brühe oder auch ein Kalbsfond. Aber es hat nicht jeder zu Hause und ich möchte einfach auch zeigen, es geht natürlich auch mit Wasser. Dann gebe ich einfach ein bisschen Wasser jetzt dazu, lösche ab und fülle auch auf. Um das ein bisschen zu ersetzen, dass ihr jetzt keinen Fond habt, kann man ein bisschen eine Sojasauce dazu geben. Was ich immer dazu gebe, ist ein bisschen Lorbeerblatt und eine Wacholderbeere. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal ein bisschen einkochen. Jetzt können wir schon mal ein bisschen würzen. Das heißt, noch ein bisschen Salz dazu. Wenn ihr Gewürze dazu gebt, wie Thymian oder Rosmarin, dann immer erst in den letzten Minuten kurz reingeben lassen und wieder raus. Denn Gewürze geben sonst einfach einen zu starken Eigengeschmack auf die Soße und verändern sie zu stark. Das soll alles immer nur unterschwellig sein und deshalb wirklich nur kurz dazugeben. Die Jus ist jetzt reduziert. Die gebe ich jetzt erstmal durch den Sieb. Und jetzt können wir die Soße, wenn wir wollen, noch ganz ein bisschen abbinden. Die ist eigentlich schon ganz schön, aber abbinden. Einfach ein bisschen Stärke, entweder Wasser rein oder auch ein bisschen Wein. Kalt auflösen, ganz wichtig. Die Jus kocht parallel schon auf. Und dann müssen wir da ganz vorsichtig sein. Wir haben ja nicht viel. Das heißt wirklich nur ein bisschen Stärke reingeben. Richtig ist bei der Stärke halt, dass wir die einrühren und dann die Jus auch richtig aufkochen lassen, damit die Stärke sich auch entwickeln kann. Was man natürlich auch machen kann, ist noch ein bisschen mit kalter Butter abbinden. Die gilt es dann schnell einzurühren. Ganz bisschen Stärke geben noch rein. So, dann schauen wir mal, ob das Steak noch was kann. Ah, herrlich. Auf den Punkt. Das legen wir uns jetzt hier schön dran. Ich finde es immer schön, nochmal so ein bisschen Meersalz auf die Schnittfläche zu geben. Und dann haben wir unsere Soße. Die gehen wir dann jetzt hier schön dran. Es geht schnell. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Fuchst euch ein bisschen rein. Schaut das Video. Abonniert den Kanal. Schreibt mir. Sagt mir, was eure Erfahrungen genau mit diesen Basics sind. Wie ihr kocht. Wie es bei euch ausschaut. Schickt mir auch gerne Bilder. Wenn ihr Ideen habt, was es für Skills gäbe, die ich euch noch zeigen könnte, dann schreibt mir einfach, was wollt ihr sehen. Wo ist es euch immer schon mal schwer gefallen? Oder wo dann gesagt, ach, da Dingern, das kriege ich nicht hin. Der Müller muss es richten. Schreibt mir. Bis bald. Euer Herr Häls.